Was ist die Vision der Quelle? Die Vision ist es, Leute, Menschen aus allen Ländern jeglicher Herkunft und Religion in einem neutralen Bereich ein Begegnungszentrum zu schaffen. Ein Zentrum, das viele Menschen dazu einlädt, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, nach wer bin ich wirklich, oder haben körperliche Probleme, geistige Themen, die sie beschäftigen, Philosophien und noch vieles, vieles mehr. Die Vision der Quelle ist für mich so, dass wir viele Referenten und Referentinnen einladen. Das ist für mich wie ein riesengroßes Orchester. Und wir holen viele Menschen daher, die an und für sich Profi sind auf ihrem Instrument, ihre Leidenschaft durch dieses Instrument zeigen können und es auch lernen, weitergeben. Dass viele Menschen hierher in die Quelle kommen können und verschiedene Instrumente spielen dürfen und herausfinden, welches ist meines oder welche zwei oder drei sind meines. Und so möchten wir diese Plattform bieten, um qualitativ die besten einzuladen, um die besten und die qualitativs beste Themen für dich auch weiterzugeben an dich, sodass du in dir Frieden findest. Das Hauptthema der Quelle ist auch Frieden. Dass wir alle zusammen Frieden finden in uns und Frieden weitergeben, denn es ist wirklich nötig. Wenn wir die Welt anschauen, so wie sie ist, ist es höchste Zeit, dass wir alle zusammen einander helfen. So in etwa ist die Vision der Quelle.